Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer besonderen Sendung von GLOBE TV. Auch wir feiern Weihnachten und verschenken darum die schönsten Geschenkspäcke. Und damit Sie so ein Geschenkspäck bekommen, müssen Sie einfach anrufen, Begrüßung abwarten und dann die Nummer Ihrer gewünschten Reise eingeben. Und wir starten gleich mit unserem ersten Päckchen und das bringt uns ins Wellnesshotel Alperose im Lechtal. Ankommen und aufleben. Das 4-Sterne-S Wellnesshotel Alperose im Lechtal ist eine richtige Wohlfühloase für alle Geniesser, Erholungssuchende und Naturliebhaber. Nach einer erholsamen Nacht in einem grosszügigen Zimmer oder einer Suite startet man nämlich diesen Tag mit dem ausgiebigen Zmogenbuffet. Mit verschiedenen Gebäcken und Brot, Käse- und Fleischvarianten, ja eigentlich mit allem, was das Herz begehrt. Die wunderschöne Gartenlandschaft gibt einem die Möglichkeit, dass man sich einfach mal wieder Zeit für sich gewinnt. Weil Zeit ist der wahre Luxus. Im leicht durchfluteten Wellness-Schlüssel kann man es wohliger sein, auf verschiedene Arten geniessen. Die bestens ausgebildeten Mitarbeiter beraten Sie gern bei der Auswahl für die passende Behandlung. Verschiedene Schwitzbäder mit unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten entgiftet den Körper und bringen den Kreislauf wieder in Schwung. Und im grossen Panoramahallenbad können Sie die Leichtigkeit des Elementen Wasser geniessen, in der Grotte sich vom Wasserfall massieren lassen oder eine Runde sprudeln im Felsen-Worldpool. Natürlich bietet Lechtal viele Möglichkeiten, den Sport auch draussen zu machen. Ob bei verschiedenen Wanderungen oder bei Velo- und Bike-Ausflügen, Routen und Touren gibt es da viele. Die Provisi de Vitalkauche kreiert aus heimischen Produkten eine erstaunliche Vielfalt an Köstlichkeiten. Bei unserem ersten Geschenkli gewinnen Sie drei Übernachtungen inklusive Verwöhnpension im Hotel Alperose im Lechtal. Also die Nummer 1 wählen für dieses Geschenkli. 1 ist also für das Wellness-Hotel Alperose. Und bei unserem zweiten Geschenkspäckli können Sie die Schweiz mal von einer anderen Seite entdecken. Und zwar können Sie hier eine Panoramafahrt mit dem Glacier-Express für zwei Personen gewinnen. Erleben Sie mit dem Glacier-Express die wohl berühmtesten Bahnstrecke der Welt. Die geht von Davos oder eben von unserem Startpunkt St. Moritz aus, über unberührte Berglandschaften, mondäne Kurorte und über tiefe Schluchten während sieben Stunden bis zum weltberühmten Ort am Fuss des Matterhorn. Zermatt. Die Landschaft und vor allem die eindrücklichen Berge erlebt man dank den speziellen Panoramawägen vom Glacier-Express in ihrer ganzen Grösse. Die grosszügigen Fenster machen die Fahrt zu einem echten Naturerlebnis und man bekommt einen einmaligen Genuss. Und mit Gaumen-Genuss geht es gerade weiter, denn kulinarisch werden Sie auch im Glacier-Express verwöhnt. Eine Fahrt mit dem Glacier-Express ist nämlich nicht nur für die Augen genuss, sondern auch fürs leibliche Wohl ist traditionsmässig bestens gesorgt. Mit der modernen Zahnradlocki erklimmt der Glacier-Express ab Tisentis also der höchste Punkt der Reise. Der 2033 Meter höhe Oberalppass mit dem gleichnamigen Alpensee. Einbettet in den grandiosen Kulissen der eindrücklichen Bergwelt. Längsamsten Schnellzug der Welt, sagt man am Glacier-Express auch mit einem kleinen Augenzwinklern. Dieser Schmalspurzug verbindet bereits seit 1930 das Graubünden mit dem Wallis. Mit dem Glacier-Express erlebt man wirklich die einzigartige Gebirgslandschaft der Schweizer Alpen. Wie kein anderer Zug begeistert er diese Bahnfreunde auf der ganzen Welt, aber auch alle anderen Reisebegeisterten. Bei unserem zweiten Geschenkli gewinnen Sie eine Reise mit dem Glacier-Express von Chur nach Brigg oder umgekehrt, inklusive A- und Rückreise von Ihrem Wohnort. Mittagessen und Souvenir für zwei Personen im Wert von 198 Franken. Also einfach die Endziffer 2 wählen. Für eine unvergessliche Panoramenfahrt mit dem Glacier-Express müssen Sie also einfach auf die eingeblendete Telefonnummer anrufen und dann die Endziffer 2 wählen. Und jetzt geht es weiter mit Skifahren und Verwöhnenpension. Weil das Seminar um Wellness-Hotel Stoss verlost nämlich eine ganze Woche Skiferien für zwei Personen. Neue Energie tanken Sie mitsch in der Zentralschweizer Bergwelt. Wellness und Erholung erwarten Sie auf über 1300 Meter über mehr bei unserem dritten Geschenkli im Seminar um Wellness-Hotel Stoss. Die grosszügigen Doppelzimmer sind liebevoll eingerichtet und bieten jeden Komfort, den es braucht, um aus dem Alltag zu pflichten. Ja, und immer dabei ist natürlich die wunderschöne Aussicht. Lassen Sie sich allein oder zusammen mit Ihrem Liebsten verwöhnen und erleben Sie die wohltuenden Anwendungen im Spa vom Seminar- und Wellness-Hotel Stoss. In der Oase der Ruhe geniessen Sie ein breites Angebot, denn auf einer Fläche von 1100 Quadratmeter heisst es Verwöhnung pur. Die Gäste stehen in der harmonisch gestalteten Saunalandschaft verschiedene Schwitzbäder mit unterschiedlichen Temperaturen zur Verfügung, um den Körper zu entgiften und den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Ja, und beim anschliessenden Entspannen im leicht durchfluteten Ruheraum tanken Sie dann neue Energie. Skifahren und Geniessen, ja, das gibt es ja uns im dritten Geschenk. Es gibt nämlich sechs Techte für zwei Personen inklusive Vollpension und da davon ist jetzt Mittag im Skigebiet. Dabei sind natürlich auch die Sechstages-Ski-Pass für den Stoss, einen halben Tag Schneeschuhmiete, Transport zu den Skischulen und die Benutzung der Wellness und Spa im Wert von 3'100 Franken. Es heisst schnell anrufen und vielleicht schon bald eine Woche Skifahren beim Hotelstoss geniessen. Ja, und mit ein bisschen Glück kommen Sie vielleicht auch schon bald in Genuss von diesem gelungenen Mix aus Action und Erholung. Übrigens müssen Sie sich nicht für ein Geschenkspäckchen entscheiden, sondern Sie können für jedes Geschenkspäckchen anrufen und nehmen so automatisch an der Verlosung teil. Bei unserem vierten Geschenkspäckchen die warteten Flussreise auf den Donau und zwar vom Reisebüro Mitteldurgau. Ein altes Sprichwort zeigt. Wer den Weg nicht kennt, auf dem er zum Meer gelangen kann, der sollte sich einen Fluss als Begleiter suchen. Die Exelands Prinzess ist gemacht für den vollendeten Reisegenuss auf Europas schönsten Wasserweg. Stilvoll und doch leger mit Sinn fürs Detail und Qualität. Das majestätische Schiff hat eine Länge von 135 Meter und verfügt über 93 Kabinen. Und wer das Reisen liebt, weiss Komfort, wie es nur in erstklassigen Hotels gibt, zu schätzen. Alle Kabinen liegen aussen am Schiff und sind komfortabel und gittig eingerichtet. Entdecken Sie die Langsamkeit von so einer Reise, während man über den längsten Fluss von Europa gleitet. Und gleitet man tatsächlich. Die Bewegungen des Schiffs sind kaum spürbar und so ist es einfach, den Augenblick zu geniessen und den Blick der vorbeiziehenden Landschaft zuzuwenden. Tagtäglich wird man mit neuen Köstlichkeiten verwöhnt und startet man am besten in den Tag mit einem herzhaften Zmorgens. Die Exelence Princess hat aber noch mehr zu bieten. Im hinteren Teil des Schiffes befindet sich das Steakhouse, wo man auch am Mittag eine kleine Mahlzeit einnehmen kann. Was jetzt aber noch fehlt, sind die vielfältigen Tagesausflüge. An den Ufern der Donau lebt Europas faszinierende Vergangenheit und Gegenwart mit einer einzigartigen kulturellen Vielfalt und bedeutender Kunstgeschichte. Ein weiteres Highlight auf dieser Donau-Flussschifffahrt ist Budapest. Vor allem vom Wasser imponiert die Stadt mit prachtvollen Bauwerchen wie das Parlamentsgebäude, der Burgbezirk, die Kettenbrücke und die Fischerbastei. Da wir ja auf den Donau unterwegs sind, passiert mir auch die vielfältige Stadt Wien. Wien vereint Altes und Neues zu einem gekundeten Mix. Bei unserem vierten Geschenkli können Sie genau so eine Flussreise auf den Donau vom Reisebüro Mittelturgau gewinnen. Sie werden in der Schweiz an Ihrem präferierten Einstiegsort abgeholt und mit dem Luxus-Reisebus an Einstiegshafen gefahren und schon geht die kulturelle Reise los. In den Genuss einer Flussreise kommen, wählen Sie also die Endziffer 4. Nachdem schwimmen der Grand Hotel geht es jetzt weiter mit Wellness und Erholung. Das Panoramahotel Tal Jörg-Elet verlost nämlich wohl viele Ferien. In einer herrlichen Panoramalage im Rietnau-Tal erwarten Sie im Panoramahotel Tal Jörg-Elet ein Ferienerlebnis für alle. Die Familie Haller und das ganze Team des Hauses heissen Sie herzlich willkommen. Alle Zimmer und Suiten sind heimelig eingerichtet und bieten viel Platz zum Abschalten und einfach mal ankommen. Der Pool bietet nicht nur einen schönen Panoramablick durch die Fensterscheibe, sondern auch Entspannung durch Brudelungen und Massagedäusen. Und weil das Hotel Tal Jörg-Elet mitten in der Natur liegt, bietet sich die Landschaft bestens an, um auch draussen aktiv zu werden. Die wunderschöne Gartenlandschaft lässt auch ein, einfach das Wetter zu geniessen und sich ganz auf sich zu konzentrieren. Die umfangreiche Saunenlandschaft mit sechs verschiedenen Schwitzbädern stärkt ihre Abwehrkräfte und tut Körper, Geist und Seel gut. Gewinnen Sie sich wieder mal eine Massage oder eine wohltuende Gesichtsbehandlung, denn das Angebot im Panorama-Hotel Tal Jörg-Elet bietet für jeden etwas. Aber was wäre der Tag ohne Entgelungenen drin? Rundum Entspannt und Wohl geht es dann zum kulinarischen Highlight vom Tag. Bei unserem fünften Geschenkli können Sie nämlich vier Tage und drei Nächte für zwei Personen im Panorama-Hotel Tal Jörg-Elet gewinnen, inklusive Verwöhntpension und der Ganzkörpermassage sowie die Benutzung der ganzen Wellness-Anlage. Für Wohlfühlen und Entspannen einfach die Ziffern 5 eingeben. Für Ferien im Panorama-Hotel Tal Jörg-Elet wählen Sie also nach der Begrüssung die Nummer 5. Und unser letztes Weihnachtsgeschenkli das ist etwas für Leute, die gerne an die Wärme gehen. Bischofberger Inforeisen bringt Sie nämlich auf Dubai unter die arabische Sonne. Hier schlägt jedes Herz höher. Dubai ist die grösste Stadt der Arabischen Emiraten und eine richtige Glitzerwelt. Hinter der Fassade der faszinierenden Gebäude, die bereits durch die originelle und moderne Architektur auffallen, verbirgt sich häufig ein Hotel mit viel Luxus. Auch die Freizeitmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die Shoppingmasse in Dubai stehen nicht nur für Einkaufsspass, sondern überraschend auch mit einem Aquarium mit Heim oder Piranhas oder trotz der sommerlichen Temperaturen von draussen mit einem Eisfeld. Und wenn das noch nicht genug Winter im Sommer ist, dann kann in der Skihalle ein Goppelchen schwingen. Bei der Safari durch die Wüste sorgen die erfahrenen Jeep-Piloten für einen ziemlichen Adrenalinkick bei der rasanten Fahrt durch die schimmernden Düne. Und wenn am Abend die Sonne untergeht, ja, dann erwarten Sie weitere Highlights und Shows von der Extraklasse. Die Wärme geniessen in Dubai. Bischofberger Inforeise bringt Sie in unserem sechsten Geschenkspäckchen unter die arabische Sonne. Fünf Nächte im Hotel Jebel Ali inklusive Flug, alles für zwei Personen im Wert von 3'500 Franken, können Sie nämlich gewinnen. Also unbedingt dranbleiben, anrufen oder aufschreiben. Für Ferien in Dubai wählen Sie also die Endziffer 6. Ja, so viele Geschenke, aber Sie müssen sich nicht für eins entscheiden, sondern Sie können für jedes Geschenke anrufen und nehmen so auch automatisch an der Verlosung teil. Und da gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wählen Sie also 0901 701234 und warten Sie die Begrüssung ab. Dann wählen Sie für das Hotel Alperose die Endziffer 1. Mit der Nummer 2 machen Sie bei der Verlosung für den Glacier Express mit. Das 3 beschert Ihnen Skifere im Seminar- und Wellnesshotelstoss. Wenn Sie die Flussreise mit der Excellence Prinzess gewinnen wollen, dann wählen Sie die Endziffer 4. Für erholsame Ferien im Panorama-Hotel Tal Jörgele wählen Sie 5. Und für Ferien unter der arabischen Sonne mit Bischofberger Inforeisen in Dubai gilt dann die Endziffer 6. Bei so vielen Geschenken hat es sicher auch eines für Sie darunter. Alle Weihnachtsgeschenke mit den entsprechenden Nummern finden Sie auch unter www.globtv.ch. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, wünsche Ihnen eine schöne Feststrecke, machen Sie es gut und Ade.